Ihr seid mal wieder mit Cheats unterwegs gewesen und wurdet gebannt? Das ist kein Problem! Schaut bei Allsprecher vorbei, dort bekommt ihr für einen guten und fairen Preis Minecraft-Accounts mit denen ihr direkt wieder auf dem Server eurer Wahl spielen könnt und mit dem Rabattcode Afflebt bekommt ihr 5% Rabatt auf euren Einkauf. Ja Junge! Einer unten Jungs, Achtung! Die im Bett! Drei Gold liegt hier fest! Ich ziehe jetzt ein Dach! Ja okay! Zack der hoch! Der Bogen hat es überlebt! Der Bogen hat es überlebt! Achtung! Habe ich habe ich! Achtung! Da hinter dir da wieder gleich! Hä? Deren Bogen hat es jetzt auf einmal alles oder wie? Der Bogen hat es ja immer noch! Der Bogen da unten! Der Bogen da unten! Sonst will ich da hin jumpen und dann halt! Achso der RP-Plattform-Typ? Ja ja! Ist schwer denn da zu treffen! Der RP-Typ! Boah richtig wichtig Digga! Wer ist das ja wichtig? Der RP-Man! Schade David! Sie kommt von oben und du bist tot! Nein! Haben ihn getroffen einmal! Oh mein Gott! Oh mein Gott David! Nein! Was tut's nicht Digga! Legg mir doch die Eier Digga! Aber nur weil ich ihn da getötet habe! Du bist der beste Spieler Draghi! Also for real! Kann man so unfassbar gemüt sein Digga! So am hinterher! Wir gehen nicht runter oder? Hat er einen EP? Hat er einen EP? Wenn er einen EP hat! Soll ich mich lieber hochstacken oder so? Nein! 3G! Wir sind da ja ca. auf 140! Ich weiß nicht! 1G! 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 Soll ich mich vielleicht verbissen? Ja! Ich hätte schon! 3G! 4G! 4G! 3G! 4G! 5G! 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 Ich fäll wieder, mein AC-Bug die ganze Zeit rum. Nein, Digga! Ja, okay, dann, ähm, ach du ein Batsch! Ab ihn, noch einer, noch einer! Ja, ja, ich seh den da rumsneaken. Ja, okay, alles gut, frisch blick. Da kommt auch einer hoch, da kommt auch einer hoch, da kommt auch einer hoch. Hat er einschmetzt? Bide Flip hat noch da, ah! Ab Bide Flam! Ah, ist noch ein halbstarker, ist noch ein halbstarker! Ich bin mal gehealt! Ja, ist da, lass das Web Free! Where's Spawn Web? Hey, lass das Free! Geh nur rein! Was ist Jungs? Deutscher Daffy, MLG in 3, 2, 1, hopp! Ich werd's wieder nicht packen! Hopp, hopp, hopp! Hau rauf, hau rauf, hau rauf! Jetzt, 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 okay, jetzt, geh weg, geh weg! Ja! Was gemacht, was gemacht! Hau rauf, hau rauf! Hau rauf, hau rauf! Ey, die Paktik ist so nice, Digga! Die siehst du echt gut? Ja! Ja, okay! Schnell, schnell! Achtung, dieser Zyklus direkt hinter dir, Junge! Ich bin da, ich bin low! Ich bin low, ich bin low! Ja, direkt rauf gegangen, aber... Geh vor, geh vor, geh vor! Ich versuch den... Ich versuch den... Ich versuch den Matsus... Nee, geht doch nicht! Faktik! Ähm, ja! Ich versuch den Matsus... Ich versuch den Matsus... Sag, wenn er MlG macht! Erbogen! Warum hast du ne Eisenpike? Ich hab keinen MlGhelfer! Da kenn ich auch nichts irgendwo! Support! Ey, Wolf, Tekno, geh in Tekno! Rein, 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 rein! Ja, ich müsste es aber haben, eigentlich! Oh, Gott! Ah, ja, und jetzt... Oh, ja, und jetzt... Oh, sehr! Oh, sehr! Ich hab's noch bekommen! Beidrauen! Kannst, Rinn duschen? Yes! Ich... Falsche Gerne! der ist in einer leiter ich bin ungepflügt ich ziehe diese schöne bobe ist hier er ist eigentlich schon da wird habt ihr eine ic ich habe einen einer ist beim bogen jetzt Hä? Sind die los? Oh, 13er.